In effiziente, veraltete Systeme verschwenden Tag für Tag gewaltige Mengen an Energie. Daher entwickelt und produziert Belimo seit 1975 effiziente HLK-Lösungen, mit denen ein realer Kundenmehrwert geschaffen wird. Wir verfügen über das Know-how und die Technologie, um Energie zu sparen und die Umwelt zu schützen, indem wir energieeffiziente Lösungen bieten, die sich ganz einfach installieren lassen. Nachdem wir zunächst mit dem Regelkugelhahn in der Branche für eine Revolution bei den Kugelhähnen gesorgt hatten, haben wir dann auch das Regeln mit der Zweiwegdrosselklappe ermöglicht, indem der Öffnungswinkel auf 60% verringert wurde und indem für eine annähernd gleichprozentige Kennlinie gesorgt wurde. Mit der Ermöglichung einer linearen Kennlinie haben wir dies auch für Dreiwegdrosselklappen getan. Mein Name ist Pierre Morier. Ich bin bei Belimo Produktmanager für Drosselklappen. Heute möchte ich Ihnen zeigen, dass Drosselklappen sich tatsächlich für Regelanwendungen einsetzen lassen. Und so funktioniert das. Damit die S-förmige Kennlinie, wie sie ja typisch für Drosselklappen ist, in eine lineare Kennlinie umgeformt werden kann, muss die Drosselklappe einen grösseren Öffnungswinkel haben als die Standardkennlinie, entsprechend des Stellsignals. Hier ein Beispiel. Um 50% Durchfluss bei einem 50% Stellsignal zu erreichen, benötigen wir keinen 45 Grad Öffnungswinkel, sondern einen 68 Grad Öffnungswinkel bei diesem Stellsignal. Dafür kompensiert die intelligente Antriebssoftware den Winkel automatisch, indem sie für schnellere Bewegung und für eine weitere Öffnung des Ventils sorgt, damit diese lineare Kennlinie erreicht werden kann. Und damit können wir nun zwei Drosselklappen und ein T-Stück zu einer Dreiwege-Regelklappe kombinieren. Das war vorher mit der gleichprozentigen Kennlinie nicht möglich gewesen, da diese Kennlinien sich nicht zu einer konstanten Mischkurve zusammenfassen lassen. Zwei lineare Kennlinien dagegen ergeben eine konstante Mischkurve und damit ist die Dreiwege-Drosselklappe perfekt geeignet für Regelanwendungen. Damit eröffnen sich zusätzlich zu den bereits bekannten Optionen noch zahlreiche weitere Möglichkeiten hinsichtlich Absperr-, Umschalt- und Regelanwendungen. Dank der fortschrittlichen Bauart und der Harmonisierung von Antrieb und Ventil ergibt sich ein kleineres und vor allem leichteres Regelfentil. Vielleicht fragen Sie sich jetzt, welche Vorteile ein solches Ventil bietet. Und diese Frage werde ich Ihnen jetzt beantworten. Zunächst einmal möchte ich darauf hinweisen, dass die Laufzeit sich über die Belima Assistant App einstellen lässt, speziell für HLK-Anwendungen. Darüber hinaus haben wir viel mehr Flexibilität bei der Installation. Die Drosselklappen lassen sich auf jede beliebige Öffnung am T-Stück montieren, ohne dass Einschränkungen hinsichtlich vorgegebener Durchflussrichtungen vorliegen. Damit ist ein universeller Einsatz in Misch- und Verteilanwendungen möglich. Dichtheit Ein weiterer Pluspunkt für die Drosselklappe. Mit der Leckrate A gemäss EM 12266-1 schliesst die Drosselklappe absolut dicht. Das bedeutet, dass wir bei Nulllast keinen Energieverlust haben und damit Betriebskosten minimieren. Darüber hinaus ist auch ein maximaler Schließdruck von bis zu 14 Bar gewährleistet, je nach DN-Grösse. Ermöglicht wird dies durch die von Belimo entwickelte fortschrittliche Bauart mit Drehmoment optimierter Klappe und Dichtung. Diese wesentlich einfache anwendbare Drosselklappe lässt sich bereits während der Planungsphase flexibel gestalten, da sie weniger Platz benötigt und sich einfach und schnell installieren lässt. Sobald sie installiert ist, lassen sich die Antriebsparameter einfach über Near Field Communication NFC parametrieren. Kommunikation via NFC findet über die Belimo Assistant App auf dem Mobiltelefon statt und funktioniert auch dann, wenn der Antrieb nicht mit Strom versorgt wird. Während des Betriebs sind die Kommunikationsprotokolle BACnet MSTP, MUTBUS RTU oder Belimo MPBUS verfügbar. Außerdem lassen sich zwei aktive oder passive Sensoren an den kommunikativen PR-Antrieb anschliessen, die in der Lage sind, über BACnet MSTP und eine MUTBUS RTU zu kommunizieren. Auch unter schwierigen Bedingungen ist ein perfekter Schutz des Antriebs gewährleistet. Die Schutzklasse IP6667 lässt die Anwendung im Außenbereich zu und sorgt für Schutz vor UV-Strahlung, Schmutz, Regen und Schnee. Thermische Isolierung und Smart Air Heizung verhindern Kondensation im Antrieb und der integrierte Positionsanzeiger zeigt die Position der Ventilblende aus einigen Metern Entfernung an. Dank des integrierten Temperatur- und Feuchtesensors läuft die Smart Air Heizung nur dann, wenn sie für die Anwendung vorliegenden Umgebungsbedingungen auch benötigt wird. Optional gibt es auch einen Antrieb mit Notstellfunktion. Bei einem eventuellen Stromausfall bewegt sich der Antrieb in die gewünschte Power-Off-Position, welche zwischen 0 und 100% frei eingestellt werden kann. Neben einem schnellen Überblick, Parametrisierung und Diagnosefunktionen bietet die Belimo Assistant App auch die Möglichkeit, die verfügbaren Daten und die Konfiguration des Antriebs direkt per Mail zu übermitteln, wodurch die Kommunikation noch einfacher wird und Probleme noch effizienter gelöst werden. So bietet die Belimo Assistant App neben der einfachen Inbetriebnahme vor Ort und einer individuellen, flexiblen Parametrisierung auch schnelle und effektive Unterstützung bei der Fehlerbehebung. Bei der Auslegung und Selektion der Drustelklappen ist vor allem auf Folgendes zu achten. Der gewünschte Volumenstrom, der KV-Wert, die maximale Strömungsgeschwindigkeit von 4 m pro Sekunde sowie der resultierende Differenzdruck und die Ventilautorität. Je nach berechnetem KV-Wert muss der Öffnungswinkel Max-Position entsprechend eingeschränkt werden. Wenn die Strömungsgeschwindigkeit über das Maximum von 4 m pro Sekunde hinausgeht, kann es zur Beschädigung des Ventils kommen. So muss man besonders vorsichtig sein, wenn der Durchmesser manuell ausgewählt wird. Aber machen Sie sich keine Sorgen. Wenn Sie die Auslegung online über das Tool von Belimo zur Auslegung und Selektion erfolgt, dann werden dort unangemessene Größen automatisch herausgefiltert. Wenn Sie trotz allem Unterstützung durch einen Belimo Experten benötigen oder bei der Auswahl nicht sicher sind, wir sind natürlich immer gerne für Sie da. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir unser Wissen mit Ihnen teilen und Ihnen Erfolgsgeschichten von Kunden präsentieren könnten, die unsere Regelklappen bereits einsetzen. Das war Pierre Morier für Belimo. Vielen Dank.